Leute, der Einlauf beginnt jetzt nicht. Ich dreh die Kamera um, damit ihr könnt jetzt alles sehen, was ich mache. Einen wunderschönen guten Abend, Freunde, hier vom Abiball. Und es ist sehr laut hier gerade. Wir stellen uns gerade auf zur Formation und dann laufen wir gleich alle ein. Das ist Max. Max hat das Klavier gespielt beim Abisong. Das ist der coole Typ am Piano. Schreibt mal in die Kommentare, wer Max Autogrammkarten haben will. Schickt euch sicher an. Das ist Franzi. Franzi, hast du meine Franzi? Wir haben ein Musikvideos dabei. Nee, aber die Aufnahmen dabei. Das ist Franzi. Einmal abgeben. Und hier ist das Buffet. Das wird nachher aufgebaut, das Buffet. Da werden wir dann ordentlich essen. Das sieht richtig geil aus. Warte, ich bin jetzt mit Oskar zusammen. Oh, ich stehe da auf dem Kleinen. Oskar, und was hast du? Super, ich freue mich total. Was hast du von Ari? Zwei, zwei. Bist du zufrieden? Total. So Freunde, das ist Philipp. Das ist eine Klassenwiese. Der ist wie groß bis zu zwei Meter? Zwei Meter. Zwei Meter. Und ich sehe immer klein aus dem Philipp. Und selbst wenn ich High Heels anhabe, ist Philipp größer als ich. Leute, der Einlauf beginnt jetzt nicht. Ich dreh die Kamera um, damit ihr könnt jetzt alles sehen, was ich mache. bend your mind, so ist die Zerbote. Oh, 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 oh oh, 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 oh. Vieles vergessen, nie wieder Schule, Abi gepackt, acht lange Jahre, jetzt hauen wir ab. Getarnte Bildungsfahrten in die Diskurs der Nation, wie's mit Frauen läuft, wussten wir schon. Ja, einen wunderschönen Tag hier aus dem Schneidezentrum, ich hoffe es geht euch gut und ich hoffe das Video hat euch auch bis jetzt gefallen. Wenn ja, lasst doch einen Daumen hoch da und schreibt mal alle fleißig in die Kommentare, wie ihr euren Abi-Ball fandet, wie ihr diesen Abend erlebt habt, wie ihr die Abi-Party fandet. Bei uns war das so, nach dem Abi-Ball gab es eine Abi-Party, ob ihr euch daran noch erinnern könnt. Und jetzt gleich folgt ein kleiner Ausschnitt aus einer RK-Rede, die ich mit dem Koppel Max gemacht habe und dann kommen noch so ein paar Fotos und das war es von meiner Seite aus. Vergesst das Abonnieren nicht, wir hören uns, wir sehen uns, bis bald, ciao. It was a hot summer day, we were sitting in the room, there was a feeling in the air, and that suddenly Peter entered the room. Oh, some nice girls in here! Acht lange Jahre haben wir hier gesessen, vieles gelernt und auch vieles vergessen. Nie wieder Schule, aus und vorbei, acht lange Jahre, aber jetzt sind wir frei. Acht lange Jahre haben wir hier gesessen, vieles gelernt und auch vieles vergessen. Nie wieder Schule, Abi gepackt, acht lange Jahre, jetzt hauen wir ab. Acht lange Jahre haben wir nie vergessen. Und ich freue mich, knifle an meine Arbeit und meine GmbH für denllofer Sch Robot, Vielen Dank.